Justizminister Thomas Dehler stellte das Ruhestatut in den Kontext des Besatzungsrechts und betonte, der Beitritt hat in keiner Weise Vertragscharakter. Es ist vielmehr ein Rechtsgebilde innerhalb einer einseitig durch Besatzungsrecht geschaffenen Regelung. In diesen Rahmen sollte sich die Bundesregierung selbstverständlich entsprechend einbringen. Für die CDU-CSU-Fraktion läutete das Petersberger Abkommen, eine neue Epoche der Beziehungen des deutschen Volkes zur Welt ein. Auf Zwischenrufe von links, dass es sich bei dem Petersberger Abkommen um ein Ermächtigungsgesetz handele, erwiderte Kurt Georg Kiesinger, CDU, dass es dann nicht diese offene Plenardebatte hätte geben können. Mit Adenauer habe sich hier in der Tat eine bedeutende politische Persönlichkeit auf deutscher Seite endlich in das weltpolitische Gespräch mit unserer Unterstützung eingeschaltet. Im Verlauf der Debatte ergriff Adenauer wieder das Wort und bezichtigte die SPD, sie sei bereit, die ganze Demontage bis zu Ende gehen zu lassen. Die SPD-Fraktion empörte sich. Als Adenauer dann auch noch aus einem Telegramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB zitierte, in dem dieser die deutsche Mitarbeit in der Ruhrbehörde für richtig hielt, war die Bestürzung vor allem unter den SPD-Abgeordneten überwältigend und es entstand erneut tumultartige Unruhe im Plenarsaal. Ausgerechnet der DGB, der sich zuvor stets gemeinsam und erkennbar in Absprache mit der SPD-Führung sehr kritisch zum Ruhestatut positioniert hatte, sollte tatsächlich seine Haltung geändert haben? Oder war das wieder einer der Taschenspielertricks des Bundeskanzlers? Wiederholt forderte Bundestagspräsident Erich Köhler CDU, die Abgeordneten auf, ihre Sitzplätze einzunehmen und Ruhe zu bewahren. Adenauer erläuterte, dass der Bundestag über die Ruhrbehörde gar nicht zu entscheiden habe, da es diese längst gebe. Hier ginge es nur um eine deutsche Mitarbeit. Wenn die Mehrheit des Bundestages diese Mitarbeit ablehne, dann weiß sie aufgrund der Erklärungen, die mir der General Robertson abgegeben hat, dass die Demontage bis zum Ende durchgeführt wird. Nach diesen Worten entstanden jener Tumult und jene stürmischen Proteste, die den Präsidenten Köhler zwangen, mit der Glocke des Präsidenten für Ruhe zu sorgen und in deren Verlauf Schumacher den Zwischenruf äußerte »Der Bundeskanzler der Alliierten«. Köhler rief Schumacher zur Ordnung und forderte den Bundeskanzler auf, mit seiner Rede fortzufahren, doch der Lärm hatte ein Ausmaß erreicht, das die Fortsetzung der Sitzung undenkbar machte. Ollenhauer rief, dass Adenauer den Oppositionsführer Schumacher herausgefordert habe. Nun unterbrach Präsident Köhler die Sitzung am Freitag um 3.21 Uhr und berief den Ältestenrat ein.